Hallo, will die Zombies? Wollt ihr nicht kommen? Ach, die sind verbrannt. Oh ne, da ist es ja! Nein! Nein! Du Scheiß! Ist er noch! Hör doch auf! Das ist... Nein! 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 Entschuldet mich einfach nochmal! Es sind zwei! Scheiße! Ich rede irgendwie grad die ganze Zeit an meinem Mikrofon vorbei. Ich weiß nicht wieso. Also eine Popkiller. Du magst Popkiller nicht so. Genau so wenig wie ich. Ist nicht so mein Ding. Das war jetzt richtig schlechter Witz. Entschuldigung dafür. Oh, jetzt habe ich ihn erst verstanden. Ja, der war scheiße. Kai ist auch so ein Schnellchecker. Boah, ist das langweilig! Wir müssen ein bisschen Action reinbringen. Und wir lesen jetzt Kommentare unter meinen Videos vor. Da gibt's keine Kommentare. Am Anfang ist es immer langweilig. Wart... Wart Kommentare unter deinem Video? Nee, ich kann grad nix aufmachen. Ja, nee, das lustige ist, da gibt's keine Kommentare. Badumtsch! Okay, warte, ich kann doch was aufmachen. Ich mach das jetzt einfach YOLO. Kannst ja bei dir Kommentare vorlesen. Ich hab auch keine nötige Kommentare. Aber mehr als ich, oder? Wart, warte, ich hab letztens richtig schlechten Witz gebracht. Den muss ich unbedingt vorlesen. So, ich geh jetzt... Alter, was hast du getan? Hat sich dein Mikrofon grad fett hochgepegelt? Weil deine Tastatur fickt grad mal nur Ohren an. Nee, das ist einfach nur meine geile Tastatur. Nein, nein, aber das war vorhin nicht so schlimm. Ja, ich hab grad richtig draufgekommen. So, okay. Also. Kai hat geschrieben, ganz nice. Nur der Pep fehlt. Und dann kam eine volle Antwort. Sorry, der musste grad die Bayern trainieren. Was? Kai hat dich schon wieder nicht gecheckt. Also. Kai... Scheiße! Alex hat dich schon wieder nicht gecheckt. Ah! Ich bin auch so kompetent. So, also. Kai hat geschrieben. Bei einem Intro, das ich gemacht hab für das Together Network. Das er aber nicht mehr nimmt, weil es scheiße ist. Ähm. Hat er geschrieben. Gut. Bloß der Pep fehlt. Ja. Dann hab ich geschrieben. Sorry, der musste grad die Bayern trainieren. Ah! Jetzt check's Kai auch. Nein, ich check's. Ich check's. Alter, jetzt klinge ich das schwule Telefon. Bestimmt Sophia. Hier. Pisst mich das jetzt an. Ich bring euch wieder da. Ihr könnt währenddessen... Du musst meine Zuschauer unterhalten. So, dann erzähle ich euch mal ein paar Sachen über Alex. Also, eigentlich ist seine Freundin, ja, männlich und heißt Dieter. Und ähm, die ist auch nicht ähm, hier 15 oder 16 oder wie alt der Typ da auch immer ist, sondern 50. Und... Ja, irgendwie... Also, mir würde es Angst machen, aber Kai finde es anscheinend toll, mit Dieter rumzumachen. Genau. Und... Ich weiß nicht, ob ich jetzt singen soll. Ne, ich sing jetzt nicht. Obwohl... Na, 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 na. Ich muss überlegen, was ich singen kann. Ähm, ähm. 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 Mir fällt nichts ein, tut mir leid. Ne. Ich sing jetzt nicht. Aber mit singen wird noch was Lustiges kommen, also... Ja. Und anscheinend war es irgendjemand Wichtiges, sonst wäre er nicht so lange weg. Wahrscheinlich waren es seine Eltern. Du? Was soll ich denn vor? Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Du? Hast du den Hund schon ausgeführt? Und jetzt läuft er schnell mit dem Hund raus und ich darf jetzt 15 Minuten oder wieder. Hahaha. 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 Ich bin wieder da. Hahaha. Hahaha. Ich hab nur irgendwelche komisches Geschrei gehört. Okay. Dann war es doch zu viel. Ne, ne. War so ein Tipp. So ein Tipp? Mhm. Telefonstreich! Hallo? Mit der kleine Nils heißt es. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ich kann das nicht. Das kann bloß Eike den nachmachen. Er ist Eike. Eike zockt? Kenne ich nicht. Sander LP? Kenne ich. Ja, mit dem... Dann müsstest du eigentlich auch Eike zockt kennen. Aber... Nö. Ich guck Zander nicht. Du schaust ihn nicht an. Nee. Ich finde ich jetzt schon ein bisschen diskriminierend gegenüber Fischen. Also ich denk schon, die werden dich verflagen. Ja, weil ich den nicht gucke. Ja. Und weil ich das öffentlich sage. Ja. Ja, tut mir ganz doll leid. Ah, warte. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich ja noch Themen. Mir ist grad ein Thema eingefallen. Ähm. Es gibt ja sowohl auf Twitch auch wie auch auf YouTube jetzt Bezahlkanäle zum Beispiel. Gibt es auf YouTube auch schon? Ja. Aber auf YouTube musst du ja bezahlen, dass du sie anschauen kannst. Welche Kanäle denn? Ich weiß grad nicht. Irgendwelche behinderten Kanäle, die sie damit Geld verdienen wollen. Hä? Sag mal irgendeinen Kanal. Mir fällt grad keine an, weil ich keine davon kenne, aber es gibt schon welche. Ich weiß nicht. Auf Twitch gibt's ja jetzt auch sozusagen Bezahlkanäle, aber das ist so, dass du sie schauen kannst. Zwar aber zum Beispiel, äh, also du kannst sie nicht subscriben, also, ach, wie heißt es jetzt schon wieder? Abonnieren. Und, ja. Das ist erfolgreich. Das ist zum Beispiel Paluten, da musst du 4,99 Zahlen mit du abonnieren kannst und dafür hast du halt zwei neue Smileys, die du im Chat verwenden kannst. und vor deinem Namen ist so ein Smileys. Achso. Aber Paluten ist ein cooler Typ. Mhm. Kennst du Paluten? Ja, ja. Aber den guck ich auch nicht. Kai ist un... Warum sag ich immer Kai? Alex ist ungebildet. Nein! Wie der einfach gar nichts merkt. Du ba... Was machst du schon wieder? Ey! Du äsliges Furzen Figaro! Du äsliges Furzen Figaro! Pass auf, es ist noch mehr passiert. Oh Gott. Ich guck hier so zu kurz ein Zombie und nehm mich ein bisschen nach nahe. Ich glaub ich komm gleich mal rüber und püttel durch die Schnee, obwohl... Es wird schon morgen wieder. Morgens... Iiiiihihi! Oh, was ist falsch bei dir? Das ist richtig erschrocken! Das war meine Absicht. Nein, der geht einfach da raus. Ey, schlag mich bitte nicht! Ich hab noch ein Herz! Ich hab noch ein Herz! Oh Gott! Ah, Minizombie! Nein, das wollte sie nicht grad holen! Oh, ich muss wegrennen! Ich kann nicht mehr rennen. Doch, geht noch grad. Ich hab nen Bogen. Ich bin gut im Bogen. Ähm... Ähm... Ey! Bleibst du da? Ey, ich hab noch ein Herz! Ja, da ist ein Minizombie! Komm, jetzt ist ein Minizombie! Da ist noch ein Minizombie, das auf dich ist! Ja! Nein! Was ist Minizombie? Die sind beide auf dich! Jetzt gehen noch die Scheiß-Tür! Oh mein Gott! Nein! Jetzt ist ein Minizombie auf dich! Scheiße! Ich brauch essen! Hör auf! Ah! Was willst du essen? Die Scheiß-Tür! Hör auf! Ah! Was willst du essen? Die Scheiß-Tür auf! Oh ne, da ist es ja! Oh! Oh, jetzt kommt... Nein! Du Scheiß! Mann, so! Da! Ist da noch... Hör doch auf! Hör auf! Hör auf! Nein! 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 Das hör nämlich einfach nochmal! Es sind zwei! Was? Scheiße! Wie konntest du die runterholen, ohne zu sterben? Ich hab ne Einsurusten! Bist du? Was? Hast du dich schon wieder zu dir verpisst? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich wusste einfach, dass es funktioniert! Jetzt bin ich jetzt nochmal ein bisschen Action dran! Hör auf! Hör auf! Scheiße! Hör auf! Hör auf! Das gibt so fett Rache! Hör auf! Darf man so Streich spielen mit so TNT und so? Nein! Oh doch! Ich darf das jetzt! Nee, dann wirst du gebannt! Kannst du gerne machen, aber du bist gebannt! Wolltest du nicht das Feld bauen? Naja, das mach ich jetzt nicht mehr! Doch! Nein, ich bin jetzt schlecht gelaunt! Ich fand's witzig! Das ist aber nicht witzig! Ich geh jetzt farmen und hol mir jetzt Obsidian und mach dann ein Höhlenportal! Ja, weil du auch einen Diamant hast! Ja, dann finde ich schon! Ich kann sowas, ich werd nicht X-Ray benutzen! Guckst, ist es verboten? Ja! Sagt! Ähm... Deine Mutter! Und auf deine Mutter solltest du hören! Das stimmt eigentlich! Bestes Argument! Deine Mutter hat es gesagt! So! Ähm... So, dann guck ich mal, bei wem soll ich denn gucken nach Kommentaren? Ähm... Auf welcher Höhe sind die Diamanten? Ähm... Sechzehn! Du laberst! Ne! Oder zwölf! Ich weiß es nicht ganz! Irgendwie sowas! Sind die auch auf Bedrockhöhe oder nicht? So! Ähm... Ja, die sind auch auf... Kann man aus Charcoal auch Fackeln machen? So, ich schau mir jetzt... So! So! So... So... So, so, so! So, so, so! So, so, so... So, so ist das also! Ja... Oh, ist das! Interessant, oder? Für zwölf sagst du! Was? Für zwölf sagst du! Oder sechzehn! Ich bin mir grad nicht sicher! Warte, ich kann ja nachschauen! Ja, mach mal bitte! die jahle ich habe mich dafür gerade runter wenn ich sterbe ich habe nichts wichtiges dabei das ist ja so wie ein villager von 16 12 jetzt bin nämlich jetzt schon auf höhe 16 war die schaubfahrt diamanten ebenen wo ist diamant er hat eben 1 bis 11 ich habe ein diamant echt ebene 1 bis ebene 15 kann man diamanten mit stein abbauen nein auch kacke eben 1 bis ebene 15 bis diamanten höhe 1 bis 15 ok danke muss jetzt erstmal eisen finden so dann suche ich doch auch mal diamanten läuft einfach mal straight durch mal ja ich bin aber gerade nach unten da waren da welche x-ray total oh da ist eisen ich glaube ich habe mich zu dir und die diamanten ich weiß nicht wenn du das machst ich tötete dich nehmen wir nicht ich habe mich jetzt einfach geradeaus bis jemanden finde hier ist ausgeleuchtet ich bin jetzt nicht ich bin in der schlucht gelandet leuchtet scheiße ich dachte schon und ich hole mir ganz viel schöner cola cola du bist voll nah bei mir ich hole mir ganz viel cola ich bin nicht nah das ist kaputt also ich bin D gut ich glaube ich bin Bis zum nächsten Mal.